Was ist das? Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute befinden wir uns nicht bei uns zu Hause, sondern wir befinden uns vor einem riesengroßen Spielzeugladen. Und darin werden wir heute auch das Video drehen. Denn ich habe mir natürlich wieder ein ganz neues Videoformat, was es noch nicht auf YouTube gibt, ausgedacht. Ich werde jetzt da reingehen und blind da durchlaufen. Und alles, was ich berühre, muss ich am Ende kaufen. Also quasi laufe ich jetzt... Was du die Kassiererin berührst? Dann kaufe ich die auch, genau. Das ist dein Extrageschenk dann für oben drauf. Ich habe vergessen, mir eine Augenbinde mitzunehmen. Deswegen muss jetzt Lios Spucktuch herhalten. Ja, ist frisch natürlich. Das wickele ich mir jetzt gleich um die Augen. Der liebe Tim wird mich durch diesen Laden begleiten und mir hoffentlich ersparen, dass ich gegen jedes zweite Regal renne. Mal gucken. Okay. Ich hoffe, da ist irgendwas bei, was ich für den Nio gebrauchen kann oder was ich vielleicht selbst schön finde. Also Julian, ich muss nur Sachen kaufen, die ich berühre, die man auch kaufen kann. Okay, okay. Ich gehe jetzt rein und dann wickele ich mir das um. Soll ich das rein? Nee, du musst so schon reingehen. Das ist doch nicht dein... Es ist richtig peinlich. Ich muss an der Kasse vorbei. Was denken denn an die Leute? Ja, komm. Okay. Machst du jetzt einen Test? Ich mach den Test. Ich spüre es am Wind. Boah, Tim, bitte pass auf, dass ich nicht andere Leute umrenne. Ja, es ist richtig peinlich, wenn die so kinderlang rennen und ich laufe voll gegen die. Ja. Was denken bitte die Leute von mir? Wo bist du überhaupt? Das? Ja. Ist das cool? Ja. Wir brauchen einen Einkaufswagen oder so. Echt einen Einkaufswagen, ne? Ja, hol mal schnell einen. Hier, ich bleib hier stehen. Okay. Okay, ich leg's jetzt rein. Und jetzt geht's weiter, oder was? Bist du damit frei, oder soll ich? Nee, bist du bescheuert. Ich fahr doch nicht blind mit dem Einkaufswagen hier lang. Oh, das hast du aber jetzt berührt. Tut mir leid. Danke. Ist das dein Ernst? Das gilt aber nicht zu den sieben Teilen jetzt, oder? Doch. Ich hab Angst. Boah, wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Wie wenn man früher Top-Schlagen gespielt hat. Wer hat von euch alles... Das warst du jetzt aber, Tim, oder? Das warst du jetzt aber, Tim, oder? Das warst du jetzt aber vorbeigegangen, oder? Oh, schau mal. Geh weg da, geh weg da. Was? Was ist denn da? Geh weg da. Okay. Das macht so einen Spaß. Können wir jetzt mehr als sieben Teile spielen? Boah, ich hatte selten so viel Spaß. Hey, ich lauf doch die ganze Zeit nicht geradeaus. Warum stoße ich denn nirgendwo gegen? Ich muss nur ganz schnell geradeaus laufen. Was ist das? 149 Euro. Wirklich jetzt? Ach du Scheiße. Nein, das ist der Kindermacher. Da ist doch jemand. Hi. Ist da jemand? Ich stehe doch... Da habe ich irgendwas kaputt gemacht. Gut. Oh Gott. Hast du auch Bock, Juli? Willst du auch mal so ein Teil drehen? Geh weg da. Was denn? Ach du Scheiße. Was? Soll ich was berühren? Nein. Ja, passt hier. Mach mal. Ah. Ah, nicht eng. Seid ihr noch da? Hallo? Ja, wir sind doch da. Ja, weiß ich doch nicht. Was ist das? Ich habe es berührt. Okay. Aua. Aua. Ist das jetzt alles okay? Nein, ich habe es nicht extra berührt. Du bist gegenlaufen. Das gilt doch nicht. Oh. Jetzt guck doch mal was Gutes. Okay, ich gebe mir ja Mühe. Nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte. Bitte. Oh Gott. Was ist das? Okay, wir müssen in eine andere Abteilung. Ach, das ist cool. Das ist geil. Was ist das? Rio, das ist für dich. Was ist das? Wieso greife ich nur so schwere Riesensachen? Das ist für dich. 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 Ich will dich schlagen, Julio. Wo bist du? Oh nein, ich habe es so rührt, ne? Das? Okay, wo ist der Wagen? Werfen. Habe ich getroffen? Ja, du hast den Leo getroffen. Echt jetzt? Hi, da ist es. Hier, warte, wirf jetzt direkt zu mir. Du hast meine Stimme? Da? Ja, wirf. Ja, perfekt. Nein, nein, nein. Das ist ganz weich. Das Ding hier berührt. Ist das ein Kuscheltier? Oh, das ist ein Riesenkuscheltier. Das ist ja riesengroß. Was ist das für ein Kuscheltier? Wie geil. Gerade die sind bärenlos geworden, ne? Wie viele Teile muss ich noch? Darf ich noch? Ich glaube, du hast jetzt acht. Geh doch mal. Oh Gott. Oh nein. Was ist das? Was ist das? Tim, habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ihr könnt mich trotzdem einfach hier stehen. Was seid ihr? Sollst du dir blind rumläufst? Und alles aus den Regalen raus? Ja, wir machen nur ein Spiel. Aber ich kaufe die Sachen ja auch. Wieso muss ich die Scheiße jetzt jetzt rein? Bibi wurde ausgeschmissen. Der Juli war jetzt an der Kasse bezahlen. Ich bin rausgegangen, habe mir die Augenbinde abgemacht. Und jetzt kriege ich den Einkaufswagen, ne? Nee. Bitteschön. Darf ich jetzt Augen aufmachen? Ja. Ach du Scheiße, ist der voll. Ja. Was habe ich denn für Sachen gekauft? Oh nein. Ein Riesenhund. Okay, es ist ein Hund. Mega geil. Das habe ich natürlich eben schon erfüllt, dass es ein XXL-Kuscheltier ist. Das ist ja voll geil für den Leo. Ist das ein Motorrad? Ja. Ein Babymotorrad? Ein Babymotorrad ist das. Oh nein. Ein Bügelbrett. Ein Knetebügelbrett. Kann, kann. Ja, du freust dich, Leo, ne? Da kann, ja, das für mich. Aha, das war also das, was du dir ganz am Anfang eingetütet hast. Das hat 900 Cent gekostet. Was hat dein Einkauf gekostet? Was schätzt du? Warte, weiß ich nicht. Boah, die Sachen sind bestimmt... Aua, hör mal auf. Ja, da hast du dich bestimmt auch drüber gefreut, ne? 178 Euro hat der Einkauf gekostet. Echt jetzt? Ja. Oh, geil. Ein Polizeihubschrauber. Oh, da kommen Leute. Ein Lego Movie 2. Aua. Eine Mikrowelle für Kinder. Eine Kindermikrowelle. Oh, ich glaub's nicht. Eine New York Watch. Das ist ja, die ist ja... Guck mal, die ist so... Ich will das nicht was für dich, Tim. Guck mal, die ist sogar wasserdicht. Warte, die zieht der. Die ist nur für uns von der Höhe. Ja. Das können wir vielleicht, wenn wir irgendwas haben. Entschuldigung. Bitte. Möchtest du vielleicht den Helikopter haben? Ich würde euch den gerne schenken. Bitteschön. Super, vielen, vielen Dank. Spielst du vielleicht auch mit Lego? Oder bist du noch zu klein? Sein Bruder. Ja, der Bruder. Der ist da in den Decathlon rein. Dann schenke ich euch das auch. Das ist aber sehr nett. Boah. Eine New York Uhr. Warte, ich hatte die gerade mal zum Klamot. Das ist ja klar. Danke. Vielleicht könnt ihr damit auch irgendwas anfangen. Eine Mikrowelle. Alles her. Ja? Okay, eine Mikrowelle zum Spielen. Wie süß. Wie schön geht das? Komm, hast du es gehört? Hat das hochgehalten und gesagt, ja. Oh. Traut, Leo, du kriegst auch was. Leo, wir haben auch noch was für dich. Keine Sorge. Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert und gleichzeitig ein bisschen schockiert über meinen Einkauf. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ich nur so große Sachen gekauft habe. Ich finde es aber mega geil. Und ich verschenke jetzt gleich noch den Teddy an jemanden. Ey, dieser kleine Junge, das ist ein Glückstag. Ist echt so. Der hat sich richtig gefreut. Der war voll schüchtern und dann ist der Papa weggegangen und hat sich mega gefreut. Ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, welches der Teile, über welches der Teile ihr euch am meisten gefreut hättet. Hättest du vielleicht Spaß an einem Bären? Ich würde dir den gerne schenken. Möchtest du den haben? Also nur, wenn es für sie natürlich okay ist. Ja? Okay. Ganz groß, vorsichtig. Bitte schön. Wie süß ist das denn? Der hat den Gassi genommen am Ohr. Voll süß. Oh. Ja, echt mega süß. Gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr auch ein Video haben möchtet, wie ich hier in der Umgebung Kassenzettel suche. Und genau das in diesem Spielzeugladen kaufe, was auf diesem Kassenzettel steht. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock. Mir hat das Video ultra viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Jetzt vergesst natürlich nicht, wie immer bei Julans Video vorbeizuschauen. Das ist auch heute online gegangen. Ich verlinke es euch ganz oben in der Informationsbox. So wie immer. Ja, an dieser Stelle, lieber Tim, Dankeschön fürs Filmen. Und das war's. Tschüss.